Ich hab's glaub ich schon je geschafft dahin zu kommen, aber egal. Boost! Sind leider voll. Und nochmal Will... Nein, fuck. Hab ich zu früh wieder nach unten gedrückt. Na egal. So. Ich bin immer noch Erster im Cup. Mal gucken, was jetzt für ne Strecke kommt. Okay, die da. Oh mein Gott, ey. So jetzt reicht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin immer gestorben. Das ist zwar der Hammer. Ist vorbei. Tut mir leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt auch noch. Ah, da müssen wir dann da oben springen. Machen wir beim nächsten Mal. Wenn's ein nächstes Mal gibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah Optik. Diesen Sprung hatte ich noch nie geschaffen. Jetzt ich hab ihn geschafft. Juuu! Hmm, haha. Haha, okay, das war aber, glaube ich, eher ein bisschen Glück. Ne, ne, das war so geplant, das war alles so, das war so gut, ich kann es halt, weißt du. So, da oben geht es einmal, hui. Ah, da kommt jetzt gleich wieder Extreme. Da wollen wir doch mal machen, Extreme. Ja, bei Pew zum Beispiel, da kann man auch, äh, also da macht man Boost-Tricks nicht mit einer Gegner umbringen oder so, oder mit Touchdowns, sondern, äh, in der Luft kann man so Luft-Tricks machen. Und die geben dann halt Boost. Was macht der denn mit seinem armen Motorrad? Zack, zack, bueh. Ich finde, das sieht irgendwie geil aus, wenn das so von der Aufzeichnung ist. Äh, egal. Okay, fortfahren. Und fortfahren. So, wir haben den ersten Cup geschafft. So, dann können wir dann auch mit was neuem anfangen. Dann, wenn wir diesen Cup noch gemacht haben. Ja, und das fängt schon hammergeil anhanden. Nämlich mit dem hier. Ich weiß nicht, warum ich diese Strecke nicht mag. Ist ja eigentlich vom Aussehen her ganz ge... Geil. Ich mag's halt einfach irgendwie nett. Weil ich immer voll am Blumen bin bei der... Das war jetzt ein bisschen Big, 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 Big Fail. Würde ich sagen, okay. Fick dich. Du wirst nicht erster. Tja. Fuck. Oh Mann, wieso fahre ich den ständig zu früh ab? Ich nehm, ey. Da muss jetzt noch der Motor dann angehen, damit das schön dann durchgeschnitten wird, der Körper. Lecker. So. Hey. Überlangt. Ich steck dich gleich im Briefkasten, ja? Wenn du jetzt nicht aufhörst. So, schon kannst du gar nicht gucken. Schon steckst du im Briefkasten. Ich werde so nun bei dieser Strecke. Oh yeah. Und darauf freue ich mich. Bam, bam. Oh yeah. Oh yeah. Oh, fick dich. Nein, Mann. Wieso habe ich keinen Boost mehr? Ach, Hilfe. Ich hasse diese Strecke. So. Jetzt hier schön erstmal von den Windkraftbrädern gewechselt werden. Und dann weiter geht's. Und jetzt fick ich dich hin. Fuck, wieso? Wie kriegen die das hin? Diese Scheiße immer zu überleben. Jetzt fick ich dich weg. Komm, du magst doch Bäume zu knutschen. Komm. Oh. Willst du nicht? Fuck. Ja, ich mag's wohl eher. Das war mir so klar, dass ich jetzt bei irgendeinem Baum failen werde. Weil ich's gesagt hab. War mir so klar. So klar wie Klosbüro. Na komm, den holen wir uns noch. Ja. Wollen wir jetzt... Ich will gewinnen. Ich hab noch nie bei diesem Rennen gewonnen. Ja. Uiuhu. Ah, drei Sekunden hab ich schon. Ah, schön. So. Nächster Cup. Bin ja mal gespannt. Hoffentlich kommt der, hoffentlich kommt der. Hoffentlich kommt die Lieblingsstrecke von mir. Bitte, 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 bitte. Ah, ein Seegewerk. Das ist auch schön. Guck mal, was die Wolken da oben machen. Das kleine Grafikenbacke. Ah. Was? Das hätte doch ein Monster-MTX geben müssen. Was bei dir? Fick dich mal jetzt weg hier. Lol. Ach komm, ey. Aber jetzt geht's. Bam. Fresse. Zack. Hahaha. Volle Lotte gegen's Geländer. Na, da guckste, wa? Swincher, Swincher. Das gefällt dir jetzt gar nicht, ne? Überhaupt nicht. So, jetzt erstmal hier schön an den Sägen vorbei. Ja, ja. Macht Platz für den Großen. Wunderbar. Das ist echt eine wunderschöne Strecke. Ich find auch, Nails hat so eine schöne Grafik. Das ist irgendwie so fröhlich. Fröhlich sieht das immer aus. Das sieht realistisch aus, aber irgendwie auch nicht zu realistisch, aber auch irgendwie unrealistisch, aber auch irgendwie schöner Kontrast und mit viel Fantasie auch, aber trotzdem realistisch und gleichzeitig aber auch ein bisschen unrealistisch, weil, naja. Man würde sich nämlich sterben bei so Sprüngen. Weil das ist ja total überflüssig, du weißt, ne? Ob man stirbt oder nicht, ist ja egal. Hauptsache man fährt brennen. In Wirklichkeit würde man, glaub, sterben. Also ich glaub, dass man so einen Sprung überlebt. Und ich denk auch nicht, dass man nur so leicht fallen würde. Ich denk, da würde man viel schneller fallen. Naja. Okay, wir haben noch Zeit. Oh, der kommt näher, der kommt näher. Geh mal ganz um diese Gumi. So, die! Mal ganz um die, die! Und ich denk, da... Du bist, du bist, du bist.